Vor mehreren Jahren, vor 14 Jahren. Nein, das Lied nicht, aber Gedichte habe ich da gelesen und habe gedacht, das ist ein Lied über Begegnungen, was man Menschen, wenn man begegnet und nie wieder sieht. Man trifft und sagt, ja, ich habe dich heute getroffen, gern gelernt, aber morgen oder in diesem Leben sehen wir uns dann wieder. Und das Lied heißt Gritsche. Ich habe das immer sehr stark empfunden. Und das Lied ist ein Lied. 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 Und das Lied. Und das Lied. Und das Lied ist ein Lied. Und das 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 Lied. Untertitelung. BR 2018